So schnell ist der Sommer vorbei? Willkommen zur neuesten Ausgabe von FameTV. Seid ihr gespannt, wer das erste Voting-Fan-Clip gab? Das verraten wir euch in dieser Sendung. Die neue Rubrik Fame Unplugged präsentieren wir euch heute zum ersten Mal. Und den Abschluss? Auf den könnt ihr euch richtig freuen. Eine Schweizer Band präsentiert nach langer, langer Zeit einen neuen Song. Wer es ist, dranbleiben! Welches Fan-Clip-Video hat die meisten Stimmen bekommen? Das verraten wir euch gerade. Doch vorher stellen wir euch drei neue Videos vor. Der gemeinsame Nenner diesmal ist Female Fronted. Harry hidradstattieren wir euch heute zum ersten Mal. Das ist geschazte von einem Lacken. Aber nicht schön. Wir hören uns nicht lang. Alles Gäste. Die neue Buch. Alles Gäste. Das wäre schaden. Wir hören uns nicht. Wir hören uns nicht. In love with my lust, burning angel wings to dust I wish I had your angel to light And in my love, for the great child to know When given her love, isn't why I forever fall Let me light it up, it is why I get the cross Bring me the light, bring me the skyline Bring me the sun and moon, release the stars tonight Bring me the light, bring me the skyline Bring me the sun and moon, release the stars tonight Und, wer bekommt eure Stimme über? Ab sofort könnt ihr voten auf unserer Facebook-Seite www.halloffame.wezicon Im letzten Fan-Clip-Voting waren folgende drei Bands nominiert Als zweite Band Chakra Und als dritte Band Gotthard We are in the last minute Als die Sendung ankündigt, präsentieren wir jetzt die ganz neue Rubrik «Fame Unplugged». Mit diesem Format bietet Hall of Fame eine Plattform für neue, aber auch bereits bekannte Bände, sich zu präsentieren und ihr musikalisches Können fortzuführen. Und das mit ganz, ganz wenig Technik. Herzlich willkommen «Catstrike». Hallo Miri. Sind ihr Zwege? Danke. Wir sind sehr gute Zwege, danke. Wir konnten heute Abend zusammen Musik machen und dann geht es uns grundsätzlich immer gut. Ja, schön haben Sie es zu uns gefunden. Wie war die Anfahrt mit Auto oder Bötchen oder Kanu in diesem Wetter? Ja, ich glaube vor guter Woche mussten wir mit dem Bötchen anreisen. Aber heute ist es tiptop mit dem Auto gegangen. Von allen Himmelsrichtungen sind wir hier mit dem Auto gekommen. Aber danke, wir sind sehr gut angekommen. Ja, erzähl mal, was macht ihr? Wer seid ihr? Wir sind Catstrikes. Wir machen Musik. Wir machen akustische Musik, die dann gleich so ein wenig Power haben. Das heisst, eine akustische Gitarre, eine Mandoline und einfach einen fetten Bass und ein geiles Schlagzeug. Das ist unsere Philosophie. Also es muss irgendwo durch Power haben, aber gleich ein wenig akustisches Feeling rüberbringen. Da können wir in verschiedene Richtungen gehen. Das heisst, wir können noch irische Sachen bringen. Und eben auch Lieder, die sonst überhaupt nicht akustisch sind. Die wir dann versuchen, auf diese Art umzusetzen. Das heisst, das kann dann irgendein Pop-Lied sein. Das kann sogar ein Elektro-Lied sein, das wir einfach versuchen, auf eine akustische Schiene zu bringen. Das ist eigentlich unsere Philosophie, die wir haben. Cool. Klingt interessant, ja. Wie sind ihr auf die jeweiligen Instrumente gekommen, die ihr spielt? Also wie hat das angefangen? Von Kind auf? Oder ist das schon später gekommen? Das hat schon mit Kindern angefangen. Ich war ein extremer Bastler. Irgendwann habe ich angefangen mit irgendwelchen Farbkübeln. Dann habe ich irgendwann einmal meine Schlagzeuge zusammen geklebt. Karton und alles. Aber aufs Detail. Und so haben meine Eltern dann schnell gemerkt, ich glaube, dem müssen wir noch einmal ein Richtiges geben. Und bei mir habe ich noch speziell keine Noten oder so lesen. Ich habe dann das selber für mich gelernt, habe zu den Liedern gespielt, die ich gerne spiele. Und so hat sich das ergeben. Und das hat sich bis heute so durchgezogen. Und damals hat sich niemand über den Lernen beklagt? Über den Lernen? Ja, zum Teil ist es schon ein Nachbauer. Dann schon ein wenig. Aber ja, es ist halt so. Wir sind in einer recht musikalischen Familie aufgewachsen. Wir haben eigentlich alle Instrumente zuhause gespielt. Ich habe dann vor allem den Bass gespielt als Kind, ein kleines Kind. Sven zusammen. Das ist mein Gusen. Dann haben wir mit ihm seinen Farbkübeln und ich mit meinem Bass zusammen Musik gemacht. Und dann haben wir als Brüder und Gusen eine kleine Band als kleine Kind schon zuhause gehabt. Bis zum nächsten Mal. The freedom river runs Out there in a shining night With bloodhounds on your mind Don't you know it's a safe set situation Was ist an euch speziell? Was hält euch ab von anderen? Hält uns etwas ab? Ja, speziell ist sicher, dass wir immer versuchen, möglichst viele Stimmen einherzubringen, also die Vocals, wo wir schauen, den mehrstimmigen Gesang, ich glaube, da versuchen wir uns irgendwie zu perfektionieren. Da haben wir mit Michi wirklich jemanden, der das Genre super versteht, auch gute Stimmen arrangieren kann, dass die Mehrstimmigkeit wirklich so sauber daherkommt. Ich glaube, das tut uns sicher sehr stark abheben und eben, wie es Michi eigentlich eingehend schon gesagt hat, Wir versuchen viele Lieder, die man von einer ganz anderen Ecke her kennt, wirklich anplackt zu spielen, runterzubrechen auf akustische Instrumente und trotzdem auch die Noten zu geben vom Lied selber, dass man sie erkennt, aber eben auch unsere Schalk hineinbringen. Manchmal kommen uns einfach so spontane Sachen in den Proben, in den Sinn und die boomen nachher in ein Lied rein, was eigentlich mit dem Lied absolut nichts zu tun hat, aber einfach nur coole Gags sind und eben der Spass, der dann halt auch noch drinnen spielt. Don't stop me now I'm having a good time Don't stop me now Don't stop me now I'm having a good time I don't wanna stop at all I'm a rocket ship I'm a way too more On a collision course I'm a satellite I'm out of control I'm a sex machine Ja, jetzt haben wir genug geplaudert, schön gewesen, ihr habt noch etwas mitgebracht, etwas Musik mitgebracht. Genau, drei Lieder haben wir mitgebracht, ja. Das ist Don't bring me down von der Electric Light Orchestra. Das soll jetzt eben so den 80er Pop einmal runterbrechen auf die akustischen Gitarren und probieren so umzusetzen mit möglichst allen Stimmen. Dann Tom Petty mit Into the Great Wide Open und Losing My Religion von R.E.M. Jetzt seht ihr in der ersten FameTV-Unplug-Sendung Cat Strikes. You got me running, going out of my mind You got me thinking how to waste my time Don't bring me down No, 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 no Woo-hoo Tell you what's for before I get on the floor Don't bring me down 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 und zwar am 15. Oktober. Tickets gibt's wie üblich im Vorverkauf via eventfrog.ch Jetzt ist es soweit. Love Someone, der neueste Song der Schweizer Rockband China. Musik I try to convince myself Cause I'm a little too shy And you don't need to go with someone else Cause everything is alright Wake up and feel the heat I've got a fever of 103 So divine While all night There's no worry When love comes into town Yeah Nobody Said it was easy When you love someone Nobody Could be so easy Life goes on and on When you love someone Waking up in the heat of the night You made my day and I'm feeling alright Shake it up and let it out My heart is popping when you're not around All the thoughts open up my desire I don't think that I can get back tired I really blew my fuse tonight I think that everybody knows it's alright Nobody Said it was easy When you love someone Nobody Said it was easy Said it was easy Could be so easy Life goes on and on When you love someone I don't think If you love someone It's okay If you love someone You don't think you're wrong That you're wrong If you love someone No You're wrong Nobody Said it was easy Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020